Sie sind hier, 3. Oktober 2018, 13.35 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Alba Berlin muss mehrere Wochen auf Johannes Thiemann L, verzichten, Urheberrecht, Getty Images mit Johannes Thiemann verletzt sich bereits der zweite Center von Alba Berlin und sorgt für einen Engpass auf den großen Positionen. Der achtmalige deutsche Basketballmeister Alba Berlin muss in nächster Zeit auch auf seinen zweiten Center Johannes Thiemann verzichten. Der 24 Jahre alte Nationalspieler hat sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und wird laut Klubangaben mehrere Wochen nicht einsatzbereit sein. Alba musste Mitte September bereits den Ausfall von Dennis Kleefort verkraften. Als Ersatz wurde für zwei Monate Clint Chaplin verpflichtet, der am Dienstagabend beim 107 zu 91 Auftakt-Sieg im Eurocup gegen den türkischen Klub Tofas Borsa mit 19 Punkten glänzte. Von Sportinformationsdienst Von Sportinformationsdienst